Was geht Leute? Mein Name ist LoadedDanny B-B-B-B-Nitsch Willkommen zu einem neuen Video, mitten in der Nacht, es ist 7 Uhr morgens, ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen, ich hab nur gezockt Ich will endlich ins erste Prestige kommen und sehen was passiert Im Moment habe ich, ähm, also das war das letzte Spiel, da hatte ich eine 2,38er KD Das wäre ein Traum, wenn ich es immer hätte Ähm, ich hatte 31 Abschütze, 13 Tode und 20 Tags eingesammelt, keine Ahnung, ob das jetzt da steht, ich glaub nicht Äh, 20 Tags, mein Lieblingsspielmodus ist bis jetzt Abschluss bestätigt Und ich kann euch sagen, in der Lobby sind richtige Noobs am Start, also die sind ziemlich, ja, was heißt schlecht Die sind einfach Noobs, sag ich mal, und ich wollte es einfach ausnutzen und einfach mal aufnehmen, das macht so eine Laune gerade Und ich muss sagen, wie gesagt, ich versuche die meiste Zeit zu investieren in das Spiel, die ich kann Das bedeutet, ich spiele eigentlich dauerhaft, wenn ich kann, also wenn ich nicht ins Gym gehe, nicht Videos bearbeite Das ist halt das Ding als YouTuber, ich kann einfach nicht immer zocken Seltener als alle anderen meistens, weil ich einfach nicht so die Zeit dazu habe Aber, wenn ich kann, zocke ich die ganze Zeit ohne Witz, ich liebe das Game Ich muss sagen, es ist auch bis jetzt mein Lieblings-COD Ähm, obwohl ich manchmal so Phasen habe, wo ich sagen muss, ich hasse das Game extrem, aber es ist trotzdem richtig geil Es ist einfach so, so geil, dass ich, ja, ich spiele mit der BAL Ähm, ich werde noch einen, äh, einen Klassen-Guide machen, zu meiner Lieblings-Klasse Wieso das meine Lieblings-Klasse ist, was für Vorteile sie hat und so weiter und so fort Und los geht's, Baby, los geht's Ich glaube, ich werde es verkacken, wenn ich in der Aufnahme bin, das wäre ziemlich scheiße Wenn ich so, so, so ziemlich gut bin und dann in der Aufnahme verkacke Ich muss auch sagen Ich hab richtig Bock auf ein, ähm Auf ein Advanced Warfare Livestream, das wäre ein Traum für mich Gott, ich würde das so lieben Das wäre richtig nice, Mann Ich geh mal hier hoch Oh, da unten Oh, shit Hab ich leider nicht bekommen, zwei gegen eine ist immer ziemlich gefährlich, sag ich mal Gott, wo sind die denn alle? Gut, es sind sechs Leute in der Lobby Langsam müsste ich die finden Weil bis jetzt Oh, mein Gott Wollt ihr mich verarschen, oder was? Oh, shit Oh, mein Gott Jetzt verkacke ich sogar noch Oh, mein Gott Ich hab am Anfang Ach, ich hab so Ich hab so dominiert Und immer wenn ich dann auch eine Aufnahme starte, dann verkacke ich auf einmal, oder was? Hallo? Wieso? Wie viel nimmt Oh Wie viel schluckt er denn? Ist er da hier? Muss hier sein, glaube ich Er versteckt sich irgendwo mit seinem Geist-Perk So, immer schon Tag einsammeln Nicht vergessen Ah, shit Was hab ich? Ein, sei zu drei ernsthaft? Oh mein Gott Ist ziemlich schlecht gerade Das muss noch besser werden Es muss Ansonsten kann ich das nicht hochladen Mein kleiner Spaß Live-Kommentar ich, denke ich, immer hoch Man kann, man kann sie auch nicht hochladen Ich meine Außer bei Road to Commanders natürlich Da muss man sie hochladen Stimmt Bei Road to Commanders muss man sie hochladen Aber sonst muss man es nicht tun Nice, Drohne So, du wirst sterben Vielen, vielen Dank für den Kill Nice, Dreiferabschluss, vielen Dank Die spawnen wieder hinter uns Oh, wow, 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 wow Leg dich hin, leg dich hin, leg dich hin Oh mein Gott, nice, baby, nice Das ist sehr nice Deswegen wollte ich die Aufnahme gerade starten Weil die wirklich nicht so gut sind Und ich hier einfach richtig dominieren kann Oh, baby, das nenne ich Oh, geil Ich kann leider, ich will nicht zu laut sein Ich bin zu müde gerade, um zu laut zu sein Ich weiß nicht Ich weiß nicht, ob ihr das kennt Wahrscheinlich nicht Nein, was kriege ich? Scharfschützenzone Keine Ahnung, was das ist Ich glaube, die kann nicht steuern, glaube ich Ich will die gar nicht einsetzen Obwohl doch, um Punkte zu bekommen, natürlich Oh, schade, schade Okay, ich aktiviere erstmal die Drohne Dann aktiviere ich das hier Keine Ahnung Wo können die sein? Ich mach einfach mal hier hin Oh, shit Also ihr seht, die sind echt nicht so gut Deswegen wollte ich sie da aufnehmen Auch wenn es ziemlich spät ist Ich wollte eigentlich nur Solo spielen Das letzte Spiel habe ich auch nicht aufgenommen Habe ich ein bisschen bereut Ich weiß gar nicht, ob ich sie aktivieren Aber meinetwegen Damit ich Punkte bekomme Damit ich schneller Das ist nice Oh, ich liebe das So, wow What the fuck ist das? Das ist ja mein Traum, dieser Killstreak Hatte ich noch nie Ich treffe niemanden Oh mein Gott, nein Wieso treffe ich niemanden? Hallo? Oh shit, ich treffe niemanden What the fuck? Oh, die Tutte mit einem Schuss Gott ist die OP, alter Die stärkste Killstreaks im Spiel Oh mein Gott Das ist was Schlechtes Was Schlechtes Tut mir so leid Ich hab sie total Oh Gott, ich hab niemanden getroffen Das war sehr schlecht Verdammt Der kommt hier hoch Das habe ich 18-4 jetzt Also das ist schon wieder ein bisschen besser geworden Obwohl 8 Hier eigentlich ganz gut Muss man sagen Irgendwie aus irgendeinem Grund Ist das hier gut Ich werde mal Vorräte starten Bin ich überhaupt den richtigen Ort Um dich zu starten Ich weiß gar nicht Danke Eine Drohne Gefällt mir gut Eine normale Drohne Gebe ich mich auf jeden Fall mit zufrieden Also ihr seht Mit den Gegnern kann ich hier ein bisschen rumspielen Das macht so eine Laune Wenn man so richtig schlechte Gegner im Team hat Im Gegner Team meine ich Und ich gewinne dauerhaft Ich gewinne jedes einzelne Abschluss bestätigt Haben die Gegner Den habe ich gehört Hören kann man hier sehr gut Das meine ich Kommt schon Jeder andere gute Spieler hat mich da getötet Jeder einzelne Oh shit Nice Ich lebe noch Das ist so witzig Oh shit Ich werde angezeigt auf der Karte Verpiss dich man Du scheiß Ding Oh shit Bestes Game ever Ich aktiviere wirklich jede Killstreak Weil ich aufsteigen will So Ich will mal sehen wie so ein Gegner Oh schon wieder Ich glaube ich habe richtig viel Glück Diese Killstreak ist godlike Komm schon dieses Mal ein bisschen besser Ah fuck Wieso bin ich so schlecht mit diesem Scheiß Kann ich auch irgendwie Was Was ist meine Teammates Wieso wird das so scheiß angezeigt Hallo Meine Teammates Sind das meine Teammates Ja das sind meine Teammates Ich glaube ich will die ganze Zeit Ah Ich verstehe Oh scheiße Ich verstehe Oh wenn die nicht Rotumkreis sind Dann sind das meine Ähm Meine Teammates Ich dachte meine Keine Ahnung Ich habe Ey ich habe dann gedacht Dass sie irgendwie Geist haben Oder dieses Perk Dagegen 24 7 meine Freunde Ist eigentlich ganz okay Hier in Call of Duty Advanced Warfare Gib mir die Tags Die haben ich natürlich immer schon ein Ich will ja nicht nur Kills machen Sondern auch ein bisschen was fürs Team tun Damit auch die Die Teammates was davon haben Gut das war's Wir haben wieder gewonnen Ich wollte euch nur zeigen Das ist ziemlich ziemlich einfach sein kann Das Spiel Wenn man quasi mit den richtigen Leuten ins Spiel kommt Natürlich gegen ProGamer Schafft man sowas nicht Aber kommt zu Leute Wann hat man bitte schon so richtige ProGamer Ein Team Meistens nicht Das ist eigentlich der gegendrische Durchschnitt So War eigentlich ganz cool Hat ziemlich viel Spaß gemacht Und ja ich hoffe euch jetzt gefallen Wenn es euch gefallen hat Lasst einen Augen nach oben da Es wird noch vieles vieles von Advanced Warfare kommen Genauso wie in 12 Stunden Livestream Und ich sehe dich im nächsten Video wieder Tschüss